Hallo Elite, willkommen zu einem neuen Video, schön, dass ihr da seid. Es hat sich auf jeden Fall in diesem Match die Spreu vom Weizen getrennt. Bevor das eigentliche Video aber losgeht, möchte ich drei Punkte mit euch besprechen. Einmal, Fortnite hat einen sehr, sehr interessanten Twitter-Post rausgebracht. Da geht auf jeden Fall nochmal Grüße an die ganzen Leute bei mir auf Twitter raus. Schaut da gerne vorbei. Mein Twitter-Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin hart am Tweeten, ja. Ich bin so ein Twitter-Typ. Fortnite hat angekündigt, 100 Millionen Dollar in den Competitive-Bereich reinzupumpen. Das heißt, es wird Preispule 2018, 2019 geben, indem Fortnite Epic Games selber 100 Millionen in die Hand nehmen, um den Competitive E-Sport oder was weiß ich zu unterstützen. Jetzt die Frage an euch, die ich sozusagen mit euch diskutieren will. Meint ihr, Fortnite ist schon soweit? Ist Fortnite E-Sports ready? Lasst uns einfach breit diskutieren, ja. Einfach in den Kommentaren. Habe ich Bock drauf, viel von euch zu lesen. Da bin ich sehr gespannt, was ihr darüber zu sagen. Die zweite Sache ist, am 1. November 2017 habe ich das erste Mal richtig angefangen, aktiv auf diesem Kanal YouTube-Videos zu machen, halt über Fortnite. Und da geht einfach ein riesen Dankeschön raus. Im letzten Monat sehr, sehr unregelmäßig Videos gemacht, einfach weil ich oft krank war. Jetzt kommen wieder häufiger Videos und ihr seid wieder mehr am Start. Ich mache gerade wieder über 1000 Abos am Tag. Und da gehen auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der mich da unterstützt, viele, viele Grüße raus. Dankeschön für den krassen Support und ich kann die 200.000 schon riechen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, der dritte Punkt ist, für die 100 Millionen, die Fortnite da zur Verfügung stellt. mit FaZe, C9, die ganzen Orgas da. Ein DAX hier ist doch zur Verfügung. Holt mich mal ran. Ich habe auch Bock auf paar Mios. Ich habe Bock auf Villa generell, Lambo und so. Da bin ich immer dabei. Call me. Jetzt viel Spaß mit der unglaublichen Runde mit Trimax. Viel Spaß. Kost aufs Auge. Fluss, 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 fluss. Da hinten? Oh, hinten. Was ist heute? Nee, nee, nee. Was ist los mit dir? Heute ist übel, Max. Gefällt mir. Mickey Carried. Ach Leute, echt. Das ist ja was ganz Neues. Wow. Trimax spielt du und der Duo Partner Carried. Wir landen hier, mindestens ein Team. Oh, zwei. Zwei, drei, vier. Jo, vier ist gut. Ich lande im Wald. Im Wald? Okay. Dann lande ich hier vorne. Halbautomatisches Sniper. Schießt du? Nein, 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 nein. Ich habe einen Headshot. Ich habe einen. Andere ist da auch noch. Jetzt ist einer close bei uns im Haus. Ja, ich brauche unbedingt ein bisschen Materialien. Wunderbar. Komm noch rein? Ist ja einer noch im Haus. Ja, da ist noch einer gerade gewesen. Zwei Hits habe ich ihm gegeben. Der Haus-Dude ist... Ich habe keine Pumpgun, ne? Also, wenn ein Nahkampf... Oh, fuck, der ist hier. Hat Hits? Ah, der kommt, die kommen, die kommen, die kommen vom Haus hier lang. Pass auf. Die müssen noch Schüsse irgendwo sein. Bitte schrumpfen wieder Schüsse. Ja. Eieieiei, also, die beiden haben Hits. Da sind viele Leute hier, ne? Ah, da habt den einen wieder. Da ist hier viel los, das gibt es noch nicht. Siehst du das? Hier links sind zwei ganz close bei uns. Pass auf, Granate geworfen. Ja. Ja. Hab einen. Wo denn? Oh, 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 ich wurde übel angesnippt. Oben drauf auf dem Haus, ja? Ist er auch noch her, ja? Nice. So, jetzt noch die anderen beiden, bei der Scheune. Ich hab nur noch 13 Schuss, ich muss, ich loote. Ja, loote. Gibt ihr Deckung. Keine Materialien, Alter, ich komm hier nicht hin. Ich hör Jumps, ich hör Jumps, ich hör Keine Materialien. Keine Materialien, Keine Materialien. Ist ganz los. Der ist hier noch, der ist hier noch. Ey, was mach ich hier? Oh mein Gott, nice. Was mach ich hier? Wie viele Kids hast du bitte? 5. Sehr gut. Boah, um, um 10. Ah. Die anderen beiden sind da noch. Die können nichts. Die zeigen sich da oben nicht, ne? Auf Nordosten. Unbedingt die Pumpkan-Dame oder so. Digga, aber das ist ganz schön viel Action. Ja. Für den Anfang, für Vettel. Brauchst du Mini-Schild, Verbände, irgendwas? Komm her, ich hab's für Mini-Schilde. Mini-Schilde? Wäre mega. Die zeigen sich auch nicht, ne? Wollen wir zum Krater, wollen wir uns einen Stein schnappen in die Zone? Nee. Nee, wollen wir die holen? Ja. Gut, dann lass mich kurz ein bisschen abbauen. Oh, die laufen weg. Wohin denn? Nach hinten. Richtung Osten. Wo, da sind sie? Oh, Muck. Was war das denn? Im Laufen, Headshot. Hm. Mein Schloss. Wie geil. Die halbe automatische ist gerade echt auf meiner Seite. Wo ist der andere? Der chillt da noch? Ist er an der Ecke von der Scheune? Hab ihn. Alter, Junge. Was ist denn da los? Eieieieieie. Wie viele Kills hast du? Sieben. Oh, Gegner vor mir. Fuck. Wo denn? Direkt vor mir. Norden. Hab den einen? Hab sie Nice Du hast tausend Holz Du? Komm lass mal hier Wollen wir so ein bisschen zu ihm bergen Ich will gar nicht so richtig Richtung Schlucht So ehrlich gesagt Wie kannst du zwanger kurz ein Medipack holen Oh, unten Oh, Fluss, Fluss, Fluss Dahinten? Oh, hinten Du hast getroffen Was ist heute? Was ist los mit dir? Heute ist es übel, Max Gefällt mir Micky carried Echt, das ist ja was ganz Neues Trimax spielt du und der Duo Partner Carried Ja, hast du noch Sniper Money? Legst dann noch offen, NW 330 circa Runden am Flasserfall Ja, aber der ist in der Bewegung Kannst du die Snipen? Ich will nicht von rechts gesnipen Der steht da nicht Oder? Doch, hat den Ich bin der Scout, Leute Er ist der Schütze Wie im Film Shooter Hast du noch Sniper Money? Ja, klar War der mit Shooter war doch mit Mark Wahlberg oder so, oder? Genau Ja Aber ich bin der Typ, der abgeknallt wird vom Hubschrauber Ist nicht gut Passt aber Und läuft Der baut da die Steine ab Der baut sich jetzt hoch Ich hab mal so die Hoffnung Dass der sich jetzt mit den anderen beschäftigt Und das tut er auch Ja, dann können wir ja richtig Dann können wir uns bewegen Komm Lass uns los Wollen wir da nicht abstauben? Lass lieber abstauben gehen Abstauben? Ja, wir gehen da direkt hin Die Zone ist Die macht keinen Spaß Glaubt mir Okay Das ist hier Tilted Tower Dann da Wenn wir da oben auf den Berg kommen Dann können wir die Dann können wir die so easy abstauben Das ist gut Ne Ist so taktisches Rad Zero Denken Dann hab ich aber immer noch Keine geile Keinen geilen Loot Vom Reatgewerbe Was Raketenwerfer Weiß er nicht So ganz oben Noch was Das gefällt mir alles hier nicht Das gefällt mir hier alles nicht Das sind zwei Gegnern Tilted Achtung Echt? Ja Klar Wollen wir schon mal weiter? Noch weiter? Wollen wir noch weiter? Ja, okay Du bist auf den Berg da vor uns Das wär sick Aber dann sind wir von allen Seiten Detekt Ja Das findest du gut? Ja Ja, okay Dann machen wir das Wir müssen aber weiter Die von Tilted Kommen wir gleich rüber Dann wollen wir hier hoch? Ja, schnell Hallo, du bist ja schon da oben Oh, nee Schaff ich das noch Ein Gegner direkt vor mir Hab einen Oh Gott Die haben mich übel gehittet Hat Headshot Hat Headshot Hat Headshot Da ist ein 2 gegen 2 Ja Hab einen Wunderschön Wo ist der Typ da hinter uns? War ich der noch da? Ja Der eine ist ausgenockt Hat Headshot Keiner hat Headshot Wieder ausgenockt Ich hole sie mir Vorber Alter, lange feigen die da hinten Brauchst du Hilfe? Nicht mehr Hast du beide? Ja Die letzten beiden sind hier Und die fighten gegen sich Das sind Gegner Die Ein Gegner haben wir noch Wo ist der denn? Hinterm Baum ungefähr Ist doch im Lowground da Das ist gar connected nicht So Ich hab Panik aus dem Beiden Guck ich sofort Ähm Oh Nein Ich hab Fall Damage bekommen Aber ganz so übel Kein Scheiß hier Wenn du tot bist Na hast du nochmal ein gutes Finale Auf keinen Fall Hast du keine Raketen Hast du keine Verbände? Nein Verbände hab ich Ja Gib sie mir Knapper Warte das war insane Wie kann ich es dir gehen? Kann ich dir runterfallen lassen? Ne Doch unterriefst du dir Sind bei dir Jawohl Nice Wunderbar Wie viele Kills hast du bitteschön? 14 Alter was war das für eine Runde Also bei mir Für Fädelrunde Holy shit Du bist ja aus Fädel rausgegangen Mit 10 Kills geführt Das war hier auf jeden Fall YouTube Runde Moin Leute Die Trimix hier